Jetzt machen wir das ein bisschen boogie boogie. Wenn man sich selber Lieder schreibt, dann gibt es ja vor allem Leute, die eigene Songs schreiben. Immer noch ein paar Cover zwischendurch, damit die Leute nicht so... Wettenpengen wird zum Beispiel, ne? Aber manchmal brauchen wir auch alte Songs, weil sie nicht mehr... die übliche Liedermacher-Scheiße. Und das ist zum Beispiel die Liederzelle. Und das ist schon genug. Und das sch Pfizer schreibt, besser hier fian. Ich also ein bisschen manipulateer. Ich muss noch mal bitte anfangen. Ich muss einfach nur Zeit erklären.... PCs sind auch vielrate. Hier ist es auch viel vorank. L BLACK macht einen, einen Blick auf den T Derek. Du hast Ende gefallen, scheißegal, was ist denn? Sie war heiß, 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 sie war heiß. Hättest du nur deiner Mutter geklaut, dann hättest du nur nicht dein Wein geklaut. Oh, du länderst du grünen, komm so der Brüner, du schaffst her, sieh so tief ist, sie war heiß, sie war heiß, sie war heiß, sie war heiß, sie war heiß. Sie war heiß, sie war heiß. Sie hat heiß become, sie hat dich, sie war heiß, sie war heiß. Sie hat heiß become, sie sind die Brüner, du schaffst her, sie war heiß. 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 Wir sehen uns.